Eigentlich ist die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, unsere Welt. Aber wie gehen wir damit um? Für Wunder muss man beten, für Veränderung jedoch, Herren zu verstehen. Die Kleinen schenken uns die größte Hoffnung und wir Großen tragen Verantwortung für die Kleinen. Der Preis unserer Größe heißt Gewissen. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst, für unsere Familie. Gutes kann niemals aus Lüge und Gewalt entstehen. Bildung enttarnt die Lügen unserer Welt. Das Erbe unserer Welt liegt in unseren Taten. Wer das Gelernte versteht, besitzt den Schlüssel für große Taten. Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren. Vital Akademie. Wir lehren für eine bessere Zukunft. Der Bildungsanbieter mit dem Gewissen extra.